Guten Abend, Erde! Hier ist die 15. Expedition. Mein Name ist Gernot Kröhm. Ich bin der Expeditionsleiter des österreichischen Weltraumforums. In mir sitzt Analogastronaut Inigo Monazalosa aus Spanien. Und wir haben eine sehr, fast schon philosophische Frage bekommen als Question of the Day. Ich lese sie hier vor. Auf dem Mars ist die Farbe Rot-Orange vorherrschend. Werden Astronauten dort nach einer bestimmten Zeit Sehnsucht nach anderen Farben haben oder gibt man den Astronauten Bilder, Gegenstände etc. gegen Heimweh mit? Naja, also im Prinzip erstens mal der Mars ist nicht nur orange und rötig, sondern es gibt auch andere Farbstattierungen, die das Auge wahrnehmen kann. Und natürlich schaut man nicht nur die ganze Zeit die Landschaft an, sondern hat es auch mit Computerdisplays zu tun, mit anderen Farben noch dazu. Und ich denke aber trotzdem, dass etwas selbst angebautes, wie ein grüner Salatspross oder sowas, sehr wohl etwas Besonderes sein wird. Und zwar nicht nur wegen der Farbe, sondern einfach mit dem Ding, was man tun kann, nämlich essen. Also ich glaube, dass das Problem nicht sehr groß werden wird, aber ich denke, dass das Rot doch die dominante Farbe des Alltags sein wird, in der man wahrscheinlich auch träumen wird. Okay, Inigo, äh, let's enter this in English, and I think you give the English translation first. Yes, of course. Yeah, coming back to English, uh, then the question, but again, red in German, but like, uh, in Mars, the dominant color will be red or orange, and if this will cause us or the astronauts to miss some other colors, like greenish or more bluish colors, as here on Earth. Um, I think it's important to note that, uh, Mars is not only red or orange, as the Earth is not only blue, even if it is called the blue planet. Um, and therefore we will have, uh, different features as well to see, and, and different landscape features and colors. The other thing is, there has been as well a lot of research on environmental control and how to set the lightning inside the habitat, because, of course, uh, the astronauts will be not all the time, uh, in the outside, uh, looking at red, uh, rocks, but there will be as well in the habitats that are really well prepared with different colors, lights, even, uh, even pictures that will remind some other colors. And as well, the vegetables that will be cultivated will have some resemblance to, uh, to the, uh, Earth, so to say. Because at the end, I think, you will miss more man's sensations than just the colors, the sensation of painting in the forest, something like that. And that is something that can be, uh, with the help of technology, uh, being treated in some way that psychological, psychologically you'd feel more or less, but would be the same sensation of being there on Mars. So I don't think that will be the best, uh, the bigger problem, uh, but it's something to consider. And as well, Mars will be a red planet, and we would like to see the red of the outside as well, of course. Okay, Aniga, I think that really hit the question of the day. We should do, at the close-out of the day, an astronaut fist pump. Give me five. Yay! I eat. I eat. I eat. I always eat. I eat.